Hallo und willkommen zu Geschichten aus Dark Souls 3. Heute befassen wir uns mit Aldrich, dem abgründigen Heiligen, dem Götterfresser. Aldrich, einst ein Kleriker aus Irithil, entwickelte einen unstillbaren Appetit nach menschlichem Fleisch. Er wurde durch die verschlungenen Seelen seiner Opfer immer stärker und verwandelte sich in eine Abscheulichkeit. Er wurde mächtiger und um ihn herum gründete sich eine immer größer werdende Gemeinde. Sie verehrten ihn und machten ihn zu einem Aschefürsten, unfreiwillig oder nicht. Der Kult verbreitete sich und gewann immer mehr Anhänger. Sie brachten Opfer zu Aldrich, welche er in seinem Hunger verschlingen konnte. Die Opfer wurden anscheinend von der Untotensiedlung über den Pfad der Opferungen zu der Kathedrale des Abgrunds geschickt. Wir sehen Anhänger des Kults, die Käfige mit Opferungen für Aldrich transportieren. Mehr zu der Kirche des Abgrunds in einem anderen Video. Ein Problem mit dem Verspeisen von Untoten ist allerdings folgendes. Sie sterben nie wirklich und so wurde die Kathedrale irgendwann von Untoten Hüllen heimgesucht. Die Grabwächter hatten die Aufgabe, jeden Untoten, der wieder aufersteht, niederzustrecken. Wenn der Spieler die Kathedrale besucht, muss er den Friedhof durchqueren. Dort laufen zu dem Zeitpunkt so viele Untote herum, dass die Grabwächter zahlenmäßig hoffnungslos unterlegen sind, woraus man schließen kann, wie groß der Appetit von Aldrich war und wie viele Untote er verschlang. Durch sein Kannibalismus entstanden nicht nur Hüllen, sondern anscheinend auch furchtbare Monster. Im Laufe des Spiels findet man heraus, dass es nur zwei bekannte Personen gibt, die dem Griff von Aldrich entkommen konnten. Horace der Stumme und Andri von Astora. Die beiden Freunde sind auf der Jagd nach Aldrich. Nachdem Aldrich als Aschefürst wiederbelebt wurde, begann er davon zu träumen, Götter anstelle von Menschen zu fressen. Dazu gleich mehr. Aldrich hatte drei Erzdiakone, Reuss, MacDonald und Klimt. Erzdiakon Reuss wachte zusammen mit der Diakonie des Abgrunds über Aldrichs Sarg, nachdem dieser sich nach seiner Wiederbelebung mit Hohepriester Sullivan und Erzdiakon MacDonald auf die Reise in seine Heimat Irritel begab. Erzdiakon Klimt hingegen wandte sich Rosaria, der Mutter der Wiedergeburt, zu und diente fort an ihr. Der Hohepriester Sullivan half Aldrich dabei, Gwindolin, den jüngsten Sohn von Gwyn, dem ersten Aschefürsten, zu verspeisen. Auch auf Sullivan und seine Taten würde ich gerne in einem anderen Video näher eingehen. Gwindolin war zu dem Zeitpunkt krank und ließ sich absichtlich gefangen nehmen, um von Jorshka abzulenken und sie zu beschützen. Diese offenbart sich dem Spieler als eine weitere Tochter von Gwyn. Als Aldrich Gwindolin verspeiste, träumte er von einem jungen, bleichen Mädchen, welches sich versteckte. Mit dem Verschlingen von Gwindolin hat Aldrich anscheinend auch Einblick in sein Gedächtnis und kommt so auf Jorshka, auf welcher die Beschreibung ja sehr gut passt. Im Kampf gegen Aldrich befindet er sich in einer Phase, wo er Gwindolin noch nicht vollständig verschlungen hat. Wir wissen nicht, ob Gwindolin bei Bewusstsein ist und gegen seinen Willen gegen den Spieler kämpft, oder ob Aldrich einfach die Fähigkeiten von ihm übernommen hat und Gwindolin bereits tot ist. Er benutzt Gwindolins Zauber und seinen Finstermond Langbogen. Der untere Teil von Gwindolin sowie seine Klinge erinnern zudem stark an Nito aus Dark Souls 1. Es gibt die Spekulation, dass Aldrich auch diesen verschlungen hat. Wie auch immer, Nito wurde vom auserwählten Untoten bereits im ersten Teil besiegt und kann somit nicht von Aldrich verschlungen worden sein. Wir wissen aber, dass nach einem Entzünden der ersten Flamme alle Seelen wiedergeboren werden und so ist es möglich, dass Aldrich eine Reinkarnation von Nito gefressen hat. Was mit ihr dazu? Nachdem man Aldrich besiegt hat, kann man bei der Händlerin im Feuerbandschrein Smaugs Rüstung erwerben. Durch diese erfahren wir, dass er der letzte Ritter war, der die Kathedrale bewachte. In Dark Souls 1 bekämpfte man ihn zusammen mit Drachentöter Ornstein. Beide wurden besiegt. Wie kann es sein, dass Smaug also immer noch die Kathedrale bewachte? Ich vermute, dass der auserwählte Untote in Dark Souls 1 lediglich gegen Illusionen hervorgerufen durch Gwindolin der beiden gekämpft hat. In Dark Souls 3 wurde Smaug vermutlich ebenfalls von Aldrich verspeist. Dafür gibt es aber, soweit ich weiß, keinen Beweis. Es ist nur meine Vermutung. Es könnte aber auch einfach nur Fanservice sein. Ich vermute allerdings, dass mehr dahinter steckt. Ich persönlich habe mich auch stark gewundert, dass Gwindolin von Aldrich verschlungen werden konnte. So wurde doch auch er, zwar als optionaler Boss, aber dennoch vom auserwählten Untoten in Dark Souls 1 niedergestreckt. War dies auch nur eine Illusion oder überlebte er den Kampf irgendwie doch? Auch hierzu würde ich sehr gerne eure Meinungen hören. Aldrich der Götterfresser, der vermutlich einflussreichste Aschefürst von denen, die der Spieler antrifft. Er hatte einen eigenen Kult um sich gebildet und trug den Titel Götterfresser, auch wenn der einzige nachgewiesene von ihm gefressene Gott Gwindolin ist. Er hatte treue Anhänger, die ihn wahrscheinlich gleichermaßen verehrten und fürchteten. In Arnor Londo verschlange Gwindolin im selben Raum, in dem der auserwählte Untote aus Dark Souls 1 gegen Smaug und Ornstein gekämpft hat. Die Musik dazu hat starke Ähnlichkeiten mit der aus dem Bosskampf mit Gwindolin. Seine Kirche, seine Anhänger, seine Tyrannei. All dies fand ihr Ende durch den Aschenen, den Spieler, auf seiner Mission Aschefürsten zu finden und zu ihren Thronen zurückzubringen. Das war es eigentlich soweit zu Aldrich. Habe ich irgendwas verpasst, falsch gedeutet oder eurer Meinung nach ausgelassen? Lasst es mich im Kommentarbereich wissen. Ich freue mich über konstruktive Kritik. Ansonsten sage ich bis dahin und tschüss. Euer Srock Ich freue mich über den Ausdruck.